Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das hier ist die liebe Vessia. Hallo. Und wir haben uns endlich mal getroffen, nach zwei Jahren. Zwei Jahren. Ich schwöre es euch, zwei Jahre. Wir sind schon seit zwei Jahren in Kontakt. Sie war auch immer auf meiner Schule, ich hab sie irgendwie nur mehr. Ne. Und ja, jetzt ist sie bei mir und wir haben letztes ein Video gedreht. Genau. Und wir werden jetzt noch eines für ihren Kanal drehen. Den Kanal verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Das krasse bei uns ist irgendwie, wir haben uns ja jetzt so richtig zum ersten Mal so richtig getroffen. Aber es fühlt sich so an, als ob wir schon fünf Jahre oder über fünf Jahre uns kennen. Die Snapchat-Families macht ihr Bescheid. Ja genau. Wenn ihr mir auf Snapchat folgt oder ihr, unsere Namen stehen, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Die ganzen Snapchat-Families, Hashtag Snapchat-Family, dann wisst ihr Bescheid, wer das gesehen habt. Okay, dann einfach weiter schauen. Tschüss. 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 Haaa. So. So. Du trottelst nicht mehr den Tisch. Ach so. Oh Das war's für heute. Just another one is no more. Ich hab's wohl trinken können. Wow. Trinken ist ja dieses ... Kannst du doch. Stimmt haben wir doch. Ja! Uh! Passt du? Ich hab's wohl nicht immer kleben. Oh Gott! Boah! Oh mein Gott! Was ist das? Ey, ey, lieber der Dül! Du kannst doch schnell! pisses dass man hat manchmal gesagt war zu können Stimmt gar nicht. Bonjour, Bibi. Baguette? Ja, Baguette, Baguette. Was wollen wir denn? Ich weiß nicht. Also, Arme regeln. Akku ist leer. Nein! 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 Tschüsschen! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh mein... Oh!